Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu diesem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und wie ihr schon sehen könnt, habe ich heute mal was vorbereitet bzw. mir was zugelegt und zwar die Huawei Watch GT4. Und die wollen wir uns heute mal in diesem Video anschauen, also mal auspacken, mal so grob die technischen Daten durchgehen, das Ganze mal einrichten und dann ein kleines Fazit daraus ziehen. Dann wird es auch hier im Anschluss noch ein zweites Video geben, nach ca. einer Woche, wo ich die Uhr mal ausführlich getestet habe. Aber dazu dann natürlich mehr im zweiten Teil. Aber jetzt würde ich sagen, wir werden gleich mal damit losstarten. Ich habe mir die Uhr nämlich beim MediaMarkt gekauft, die war im Angebot. Für ca. 200 Euro war es wirklich ein sehr fairer Preis war und von dem her habe ich da zugeschlagen. Ja, ich werde euch die Uhr selbstverständlich hier in der Videobeschreibung verlinken. Schaut mal rein, klickt mal dort auf die Links drauf, dann kommt ihr gleich zu Huawei Watch GT4. Da gibt es sicher sehr viele Ausstattungsvarianten, Formen und Farben, sage ich mal. Da solle für jeden was dabei sein. Ab jetzt würde ich sagen, gehen wir gleich mal in die Nahaufnahme rein, werden mal die auspacken und es mal ganz genau anschauen. So sieht die Uhr-Paktos jetzt hier aus. Ihr könnt schon sehen, ich habe mir jetzt die ganz normale klassische Variante besorgt. Ich fand die auch am schönsten in diesem ganz normalen schwarz-silber Edelstahl-Design, sage ich mal. Da wird man uns nachher nochmal das näher anschauen. Und ja, was soll ich dazu sagen? Da gibt es ja wirklich zahlreiche Varianten. Einmal hier mit so einem etwas grünen Design, aber auch komplett anderen Designs. Aber wie gesagt, ich habe jetzt hier das ganz klassische genommen. Das fand ich noch am schönsten und war auch hier vom Preis her am günstigsten. Ja, hier steht nicht mal so viel drauf. Huawei Watch GT4. Hier, da ist die Uhr abgebildet, also so sieht das aus mit so einer Art Couch-Gummi-Armband. Mal gucken und ja, dann drehen wir das mal kurz um. Da ist nicht mehr viel drauf. Hier auf der Rückseite haben wir vielleicht noch ein paar Sachen, die können wir vielleicht mal kurz durchgehen. Ihr könnt schon sehen, hier stehen so ein paar allgemeine Details. Wir haben ein CE-Kennzeichen drauf. Die Uhr hat Bluetooth, also leider kein WLAN. Wird also nur mit Bluetooth über das Handy gekoppelt, aber das ist mir völlig ausreichend. Und ja, so viel ist da auch nicht mehr viel drauf. Auf, wie gesagt, da kann man sich hier praktisch noch die Huawei Health App runterladen. Die ist natürlich für den Betrieb für diese Uhr notwendig. Da muss man natürlich den entsprechenden installieren und da noch einrichten. Ja, ansonsten, genau, ist nicht mehr viel drauf. Ich denke mal, ich kann sie gleich mal auspacken und dann schauen wir uns mal kurz hier den Verpackungsinhalt an. So, holen wir mal ein Messer und ich würde sagen, wir machen sie gerade mal vielleicht so kurz auf. Wobei, da braucht man gar kein Messer. Ich würde einfach mal das hier komplett öffnen und dann schauen wir uns das hier mal an. So, ich mache es jetzt gerade mal so kurz auf und dann geht es auch schon los. Und dann holen wir sie raus. Hier ist nicht mehr allzu viel drin. Lege ich jetzt mal kurz zur Seite. Oh, und da kommen wir das Uhr auch schon entgegen und die macht ja optisch schon mal einen sehr schönen Eindruck. Da ist natürlich jetzt auch so ein Aufkleber drauf. Die haben hier so ein Carbonfaser-ähnliches Design, was ich auch sehr schön finde. Und dann holen wir sie einfach mal kurz raus. Hier ist so ein Pfeil drauf. Ich denke mal, man kann da hier so ein bisschen dran ziehen. Genau. Und dann kommt das Ganze hier so raus, beziehungsweise wird es so nach oben geklappt. Finde ich auch sehr schön. Also, ihr könnt schon sehen, das ist hier schon mal sehr schön durchdachtes Design. Also, da haben sie sich schon was dabei gedacht. Hier kann man auch gleich sehen, hier ist anscheinend das USB-Kabel hinterlegt. Und da nochmal die technische Dokumentation. Ich mache das gerade mal kurz auf und da könnt ihr auch schon sehen, hier ist im Grunde alles, was für die Uhr zum Aufladen benötigt wird. Ja, ich würde sagen, ich hole das einfach mal kurz direkt raus und dann schauen wir uns das mal direkt an. Und dann holen wir das mal kurz so raus. Also, das wäre praktisch das Ladegerät. So könnt ihr es vielleicht besser sehen. So sieht das Ladegerät jetzt also aus. Ist ein induktives Ladegerät. Also, es gibt hier keine Kontakte, sondern es ist rein induktiv. Ja, CE-Kennzeichen ist auch alles drauf. Und natürlich kann man das hier einfach dann irgendwo einstecken. Also, hier ist dann praktisch das USB-Kabel. Steckt hier ganz einfach in so ein ganz normales Handyladegerät ein. Also, alles, was praktisch einen USB-Anschluss hat und dann wird es einfach darüber aufgeladen. So, das kommt mal wieder weg. Ich tue das jetzt mal hier rein. Da ist nicht mehr viel drin. Also, hier scheint es wert zu sein. Dann machen wir jetzt mal das andere hier auf die andere Seite. Und ja, hier sind dann praktisch noch ein paar technische Dokumentationen drin. Ja, so eine Garantiekarte, aber auch natürlich so einen kleinen Block. Ich gehe mal da so kurz hin. Da steht praktisch alles drauf, was ihr zur Uhr wissen müsst. Und mal gucken, was habe ich hier noch drin? Genau, hier ist noch die Garantiekarte, die Warrantiekarte. Ja, da muss ich, glaube ich, auch nicht weiter darauf eingehen. Das ist, glaube ich, für euch jetzt hier relativ uninteressant. Ich lasse es einfach mal weg oder tue es einfach wieder rein. So, schauen wir uns jetzt mal die Uhr ganz genau in der Nahaufnahme an. So sieht die jetzt praktisch hier aus. Die hat praktisch so ein ganz normales Gummiarmband dran. Ist, denke ich mal, auch sehr gut für den Sport geeignet. Also, mir gefällt es eher am besten hier besser als ein Lederarmband. Das kann dann auch mal ein bisschen feucht werden. Da sollte dann hier gar nichts passieren. Wir haben hier so ein klassisches, eckiges Design. Also, so eine Art, ja, Sechseck, würde ich mal sagen. Und ja, da haben wir praktisch hier noch mal so eine schwarze Lunette außenrum, was mir auch sehr gut optisch gefällt. Und ja, ansonsten muss ich, glaube ich, nicht weiter darauf eingehen. Wir haben hier zwei Taster, beziehungsweise so ein Drehrädle. Da kann man dran drehen. Man kann auch hier praktisch dann im Menü dann praktisch die Optionen durchgehen. Und wir haben einen ganz normalen Drucktaster. Da kann man dann irgendwas einstellen. Der ist, glaube ich, frei belegbar, so wie ich das hier verstanden habe. Ja, so sieht es aus. Und dann würde ich sagen, mache ich das gerade mal so ein bisschen auf. Und dann gucken wir uns das mal ganz genau hier an. Also, schauen wir uns mal kurz die Rückseite an. Und da haben wir praktisch hier die Sensoren drin. Die sind praktisch hier integriert. Wir können schon sehen, die gehen einmal da rein rum. Und ja, da kann man jetzt praktisch hier das aufmachen, beziehungsweise wegmachen. Ich mache das jetzt mal kurz hier weg. Und dann sollte praktisch hier das alles so da sein. So. Also, so sieht es dann praktisch hier genau aus. Und wie gesagt, man hat natürlich hier das Ladecase. Und da wird es ganz einfach so eingeklipst. Ist magnetisch. Also, da hebt die Uhr auch praktisch dran. Ihr könnt schon sehen, ihr könnt ein bisschen rumwackeln. Und die Uhr ist da magnetisch dran. Und ja, hebt dann. Und ja, da sind dann praktisch die Sensoren dran. Die Armbänder kann man jetzt einfach hier wechseln, was ich auch sehr gut finde. Da ist so ein Clip dran. Da könnte praktisch das Ding jetzt einfach hier so rumklacken. Und da könnt ihr das praktisch hier so rausnehmen. Also, das ist auch hier vorbildlich umgesetzt. So, schauen wir uns mal die Kost von der Seite an. Die ist hier relativ flach, was auch hier ein Kaufgrund war. Deshalb, wie ich mich für die Huawei Watch GT4 entschieden habe. Also, die meisten Uhren, die Galaxy Watch oder Co., die sind deutlich dicker, habe ich so das Gefühl gehabt. Und deswegen war dieses schöne, flache Design ja genau das Richtige für mein eh etwas kleines Handgelenk, wo ich gesagt habe, das ist genau das, was ich auch suche. So, dann machen wir auf der Oberseite auch gleich mal kurz hier den Aufkleber weg. Die Displayschutzfolie. Und so sieht die Uhr dann praktisch aus. Also, sie hat ein wirklich sehr schönes, großes Display, muss man schon sagen. Ich gehe jetzt mal etwas näher hin, damit ihr es noch ein bisschen besser sehen könnt. Dann natürlich die schwarze Lünette außenrum. Und wir haben hier diesen Edelstahl, ja, Korpus, sage ich mal, das Edelstahl-Uhrengehäuse. Und auf der Rückseite, das scheint jetzt wahrscheinlich Plastik beziehungsweise Kunststoff zu sein, aber es ist vollkommen okay. Sieht dennoch gut aus und man sieht es ja auch hier nicht, wenn man praktisch die Uhr anhat. Ja, soviel im Grunde dazu. Also, auch hier schönes Design, macht wirklich einiges her. Dann würde ich einfach mal sagen, wir werden die Uhr mal kurz starten. Ich klicke jetzt da mal kurz so drauf. Und da werden wir uns auch gleich im Anschluss dann mal hier die App herunterladen. So, jetzt geht es schon an. Das Display ist sehr hochauflösend, wie ihr schon sehen könnt. Also, da kennt man beinahe kein Pixel mehr drauf. So, jetzt startet die Huawei Watch schon und fährt dann auch schon automatisch hoch. Harmonie-US ist drauf und ja, dann gucken wir uns das gleich noch mal kurz an. Jetzt kann man natürlich schon die Uhr einrichten. Ich würde sagen, wir wählen das mal kurz hier aus. Wir werden jetzt hier mal Deutsch machen. Ihr könnt schon sehen, man kann es entweder hier bedienen oder man kann auch hier dieses Rätle verwenden. Einfach drehen und ja, da kann man es dann eh dementsprechend auch auswählen. So, die wählen Deutsch aus und jetzt kommt natürlich daran, dass man die Uhr koppeln soll. Ich werde mir jetzt mal die App herunterladen, alles einrichten und dann sehen wir uns auch gleich wieder, wenn wir das Ganze hier weitermachen. So, ich habe mir jetzt hier die Huawei Health App heruntergeladen und jetzt werden wir gleich mal hier in diese Smartwatch mit dieser App verbinden, um uns mal anzuschauen, wie das Ganze hier im Detail funktioniert. Also, ich gehe jetzt mal hier unten drauf, gehe auf Geräte und da kann man jetzt ganz einfach hier ein Gerät hinzufügen. Jetzt wird schon gescannt und jetzt schauen wir mal, ob auch hier was erkennt. Und ja, da haben wir praktisch auch hier schon die Uhr gefunden. Ich gehe jetzt mal hier auf Verbinden drauf. So, und jetzt wird die hier verbunden. Mal gucken, was passiert. So, da lassen wir es hier noch kurz zu. Ja, und gucken wir einfach mal, wie es hier aussieht. Ihr könnt schon sehen, ja, die ist jetzt hier erkannt worden. Ich gehe jetzt hier auf Koppeln. Da gehen wir jetzt auch auf Koppeln. Also klicken hier auf dieses Symbol, auf diesen Haken. Und dann sollte praktisch hier das auch gleich verbunden sein. So, jetzt sind wir verbunden. Jetzt müssen wir den Nutzungsbedingungen zustimmen. Wir gehen auf Weiter. Und ja, das Ding ist jetzt hier gekoppelt. Und da kann man jetzt hier gleich natürlich die Firmenware aktualisieren. Ihr könnt ja schon sehen, es wurde schon eine aktuelle Firmenware gefunden. Und jetzt wird man die mal kurz aktualisieren und das Gerät dann praktisch hier auch gleich neu starten. So, jetzt sind wir praktisch gleich bei 100%. Und dann gucken wir einfach mal, ja, was hier passiert auf Installation. So, jetzt muss man hier kurz warten. Mal gucken, was hier passiert. So, genau. Jetzt wird es hier installiert. Ihr könnt schon sehen, es wird hier automatisch aktualisiert. Geht praktisch ja hier hoch. Ich lege das Handy jetzt mal weg. Das brauchen wir jetzt nicht. Ja, dann gucken wir einfach mal und warten aber, was hier passiert, wenn das hier Ganze durchgelaufen ist. Also, die Uhr startet jetzt neu. Jetzt sind wir da. Jetzt sind wir praktisch fertig. Und wir haben hier auf das neue Betriebssystem, beziehungsweise auf die neue Version aktualisiert. So, und jetzt schauen wir uns die mal ganz in Ruhe an. Also, hier oben haben wir so ein Drehrädchen. Das ist hier ganz gut gemacht. Wir können hier mit diesem Rädchen das rauszoomen oder natürlich auch reinfahren. Wenn wir ganz nah hingehen, können wir dann zum Beispiel hier schon die einzelnen Apps sehen von den Namen her. Da kann man jetzt ganz easy durchswipen. Also, hier kann man alles schön auswählen und ja, das dann dementsprechend starten. Da gehen wir kurz hier auf das Wetter drauf. Und da könnt ihr schon sehen, das ist praktisch hier die Wetteransicht. Die sieht auch sehr schön aus. Was haben wir sonst noch dabei? Wir können praktisch hier alles, was ein ganz normales Smartwatch auch kann. Wir können Musik anhören. Wir haben hier einen Kalender. Wir können die Telefonate entgegennehmen. Da ist praktisch auch ein eingebautes Mikrofon und ein Lautsprecher mit dabei. Weil wir haben dann hier ganz normale Funktionen, wie zum Beispiel hier solche Herzfrequenzmessungen. Und da würde ich einfach mal sagen, werde ich das mal kurz umlegen und euch mal zeigen, wie das genau funktioniert. Jetzt können wir praktisch hier die Herzfrequenz ermitteln. Ich bin bei 72. Das sollte hier soweit passen. Wir gehen jetzt mal nochmal kurz zurück und gucken uns mal ein paar andere Optionen an. Und ja, schauen wir mal, was das hier drin ist. Das ist so ein Fitness-Tracker. Da kann man praktisch hier so eine Aktivitätsaufzeichnung starten, Bewegung und Co. Oder auch hier trainieren, stehen und ja, da kann man jetzt auch Ziele festlegen. Ich mache mal trotzdem starten. Und dann zählt das praktisch hier den ganzen Tag über. So, wir gehen jetzt mal kurz hier ins Einstellungsmenü rein. Zack. Und da können wir jetzt natürlich auch hier dieses Drehrädchen, beziehungsweise die, ja, bedienen. Da können wir jetzt praktisch hoch runterfahren. Einfach hier dran drehen. Und da könnt ihr praktisch hier komplett einmal durchs Menü durchfahren. Die vibriert dabei leicht und es fühlt sich auch hier wirklich sehr gut an. Also da könnt ihr auch hier ganz schnell swipen oder geht ganz einfach hier kurz mit dem Finger durch. Geht natürlich auch recht schnell. Und zum Zurückgehen geht er einfach wieder hier drauf. So, dann gehen wir mal kurz hier rüber. Da kann man natürlich auch hier auswählen. Also hier habe ich natürlich heute noch keine Aktivität gehabt. Hier kann man praktisch direkt auf einen Blick alles sehen, wie zum Beispiel hier natürlich auch die Herzfrequenz. Aber wir können mal hier kurz die Temperatur ermitteln. Da müssen wir jetzt mal mindestens 10 Minuten tragen. Und ja, das habe ich jetzt noch nicht gemacht, aber wir probieren trotzdem mal, ob ich jetzt hier eine Temperatur ermitteln kann. Ich gehe jetzt mal kurz auf Messen und dann schauen wir mal, was rauskommt. 25,9 Grad. Gut, das liegt einfach daran, dass ich jetzt noch nicht sozusagen getragen habe. Deswegen ist es hier okay. So, wir gehen nochmal kurz zurück. Was haben wir hier sonst noch drin? Genau, hier haben wir noch Termine. Hier kann man direkt anrufen. Wir haben hier die Musik. Hier haben wir nochmal so ein weiteres Menü, was man auch komplett selber belegen kann, was mir auch gut gefällt. Wir haben hier dann ja so ein Mundphasen, so ein Mundzyklus drin und dann geht es ja auch nicht mehr weiter. Also hier sind wir gut bedient. Wir gehen mal rüber. Da haben wir jetzt auch hier die Möglichkeit, zum Beispiel noch ein paar Sachen zu belegen, wie zum Beispiel das Vetter und das war es dann auch. Und ja, so viel im Grunde dazu. Ja, das war jetzt praktisch hier mein kurzes Review und Unboxing zu Huawei Watch GT4. Ich werde jetzt hier die Uhr eine Zeit lang testen und dann eventuell nochmal ein Video machen, einen richtigen Testbericht zur Uhr, wo ich die nochmal hier ausführlich dann euch zeige bzw. euch hier auch mein Fazit dazu gebe. Aber es soll es erstmal gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und falls euch diese Smartwatch gefällt, schaut mal in der Videobeschreibung rein, klickt mal drauf. Dort habe ich sie verlinkt und dann würde es mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also bis bald. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.